So, damit herzlich willkommen zum zweiten Teil der, wie soll ich sagen, Fachbegriffserklärungen in Summers 4. Wir machen genau da weiter, wo der erste Teil aufgehört hat. Im letzten Teil habe ich euch Debuffs, Buffs und Hits erklärt. Der erste Teil und auch die gesamte Playlist zu den Fachbegriffen in Summers 4 ist unten verlinkt in der Videodescription. Ansonsten, wir machen weiter mit den Begrifflichkeiten in Summers 4 mit den Monstertypen. Und wenn wir noch mehr schaffen, machen wir noch mehr. Mal gucken, wie es von der Zeit her geht. Monstertypen. Es gibt verschiedene Monstertypen im Game. Zum Beispiel Healer, das sind Healer oder Debuffer. Das sind Monster, die sehr viele Debuffs machen. Zum Beispiel, was nehmen wir denn? Nehmen wir zum Beispiel Rika. Ja, Rika hat auf der ersten Fähigkeit einen Sleep. Sleep haben wir letztes Mal erklärt. Hat einen Stun, hat einen Attack Speed Slow, hat Dots, also hat ganz viele Debuffs. Deswegen Rika ist meines Erachtens ein Debuff-Monster. Dann gibt es noch die sogenannten Cleanser. Cleanser sind Monster, die Debuffs von unseren verbündeten Monstern entfernen. Zum Beispiel, Veromos. Veromos hat eine passive Fähigkeit, die in jedem Zug jeweils einen Debuff von unserem gesamten Team entfernt. Es sei denn, es ist ein Inability-Effekt. Also ein Inability-Effekt ist ein Effekt, ein Debuff zum Beispiel, der uns stunnt. Das geht nicht. Aber zum Beispiel Dots kann man damit Cleansen, man kann den Provoke Cleansen, man kann die Fence Break Cleansen und so weiter und so weiter. Deswegen, das sind Cleanser. Oder Konamiya ist ein Cleanser, der mit der letzten Fähigkeit auch alle harmvollen Effekte entfernt. Das sind Cleanser. Dementsprechend ist ein Cleans, wenn eben ein Debuff weggemacht wird. Das ist dann ein Cleans. Als nächstes haben wir Strip und Stripper. Ein Strip ist, wenn ein positiver Effekt, also ein Buff von einem Gegner entfernt wird. Beispielsweise kann das Zohar. Fällt mir gerade so auf. Letzte Fähigkeit heißt hier, macht Damage auf alle Verbündeten und removes beneficial effects on all enemies. Also es entfernt alle Buffs vom Gegner. Und das AOE-mäßig. Also alle Gegner. Das ist ein sogenannter Strip, der Buffs entfernt vom Gegner. Beziehungsweise Strip-Pair sind Monster, die das können. Dann haben wir DPS, was Damage Per Second heißt, was einfach Damage Dealer sind. Oder auch DDs, Damage Dealer. Also Monster, die Schaden machen. Dann haben wir Nuker. Nuker sind Monster, die nicht sehr viel aushalten. Die sich nicht irgendwie heilen können, sondern die eigentlich nur richtig krassen Damage machen. Zum Beispiel Kali ist eine Nuker. Die zweite Fähigkeit tut die Verteidigung von dem Gegner ignorieren und macht echt krassen Damage. Deswegen ein Monster, was richtig krassen Damage drückt, das ist eine Nuker. Oder zum Beispiel auch Linn. Macht auch richtig starken Single-Target-DPS ist meines Erachtens auch eine Nuker. Als nächstes gibt es die sogenannten Bruiser. Bruiser sind Monster, die jetzt keine Nuker sind. Also nicht sehr viel Damage machen. Sondern eher ganz guten Damage machen. Oder gut Damage machen können. Aber gleichzeitig auch sehr viel Schaden einstecken können. Sehr viel Leben haben. Sich vielleicht sogar heilen können. Das sind Bruiser. Zum Beispiel, eines der besten Bruiser im gesamten Game finde ich ist Retash. Deswegen den haben wir hier. Deswegen, was kann Retash? Erste Fähigkeit kann Taunten, kann Attack-Speed uns geben, skaliert auf seinem Leben. Also das heißt, der Schaden ist abhängig von seinem Leben. Das heißt, je mehr Leben er hat, desto mehr Damage macht er. Was positiv ist, weil einerseits überleben wir länger. Wir haben mehr Leben. Und andererseits machen wir aber auch mehr Damage, je mehr Leben wir haben. Deswegen, das passt ziemlich gut. Dann zweite Fähigkeit, die uns heilt. Plus, letzte Fähigkeit, die einen AOE-Damage macht. Die einen Debuff macht. Plus, die auch wieder auf unserem maximalen Leben skaliert. Deswegen, sehr viel Leben. Auch sehr hoher Base-HP-Wert von 13.500, was echt hoch ist. Das ist zum Beispiel ein Bruiser. Dann haben wir als nächstes die sogenannten Attack-Bar-Booster. Das ist zum Beispiel, nehmen wir etwas Klassisches, deswegen Bernhard. Bernhard, 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 Bernhard ist hier. Das ist eine Attack-Bar-Booster. Eine Attack-Booster bedeutet, dass wir die Attack-Leiste, also die blaue Leiste unter unserem Lebensbalken, ganz schnell auf 100% hochziehen. Damit das Monster ganz schnell seinen Zug bekommt. Deswegen, Bernhard zum Beispiel hat hier eine Fähigkeit, die erhöht die Attack-Bar um 30%. Das sind Attack-Bar-Booster. Weitere Attack-Bar-Booster sind zum Beispiel Purian oder Megan oder Bastet oder Kabila oder sowas. Als nächstes kommt der sogenannte Fake-Net-Five. Fake-Net-Fives oder auch Fake-Four-Stars sind Monster, die eigentlich ursprünglich mit einem Stern weniger beschworen werden. Beispielsweise, gutes Beispiel ist Amana. Amana ist ursprünglich, wie man hier sieht, ein 4-Sterne-Monster. Das heißt, das Monster wird beschworen mit 4 gelben Sternen, ist ein Net-Four, also ein Monster, was ursprünglich mit 4 Sternen beschworen wird. Wenn jetzt aber zum Beispiel ein Monster beschworen wird und es ist automatisch Awaked und es ist ein 5-Star, was passieren kann, dann ist es ein sogenannter Fake-Net-Five. Also ein Monster, was zwar als 5-Sterne-Monster beschworen wurde, aber eigentlich nur ein 4-Sterne-Monster ist. Das sind Fake-Net-Fives. Dann gibt es Dupes. Dupes bedeutet Duplicate, also ein Monster, das man schon mal hatte. Beispielsweise, ich habe hier im Storage, beziehungsweise ich habe hier, fangen wir mal so an, ich habe hier eine N-Aval, nicht wundern, World-Boss gebaut. Ich habe eine N-Aval und ich habe hier zum Beispiel noch eine N-Aval. Deswegen, das ist ein Duplicate, also eine Dupe-N-Aval. Also wenn du mehrere Male dasselbe Monster hast, dann ist es ein sogenannter Dupe. Dann kommen wir zum letzten Punkt von Monster-Typen, nämlich der sogenannten AI. Die AI oder auch KI im Deutschen ist, wie soll ich sagen, die programmierten Parameter wie ein Monster im Auto-Modus, also wenn das Game für uns spielt und wenn wir nicht selber die Fähigkeiten klicken, ihre Fähigkeiten macht. Zum Beispiel, wir spielen in der Arena-Defense einen Bernhard. Bernhard hat drei Fähigkeiten und er könnte die erste Fähigkeit machen, die zweite oder die dritte Fähigkeit. Im besten Fall wollen wir, dass er die dritte Fähigkeit macht, wegen dem Attackbar-Boost. Das Ding ist, die AI entscheidet aufgrund verschiedener Parameter und auch einem Random-Faktor, was gemacht wird. Es gibt Monster, die haben eine gute AI, die im Auto-Modus ihre Fähigkeiten sehr gut und effizient usen. Und es gibt Monster, die machen, was sie wollen. Zum Beispiel, Jasuns AI ist beispielsweise nicht so gut. Denn das Problem ist, die zweite Fähigkeit heilt und macht Attack-Power-Buff. Das bedeutet, dass Jasun irgendwie denkt, alle Monster haben 100% HP, ich mache trotzdem eine zweite Fähigkeit, weil ich will mein Team unterstützen und ihm den Angriffs-Buff geben. Deswegen, auch wenn die zweite Fähigkeit heilt, macht Jasun trotzdem ihre zweite Fähigkeit, weil sie auch dem Team Attack-Buff gibt. Was einerseits gut sein kann, aber andererseits auch schlecht sein kann. Während es Monster gibt, die zum Beispiel eine relativ gute AI haben, wie zum Beispiel... Ich weiß nicht, ich glaube, Praha ist relativ gut. Bin nicht ganz sicher, aber ich glaube, Praha ist nicht schlecht. Praha beispielsweise macht niemals ihre dritte Fähigkeit, wenn alle Monster 100% HP haben. Das macht die nicht, weil die Fähigkeit auch eine reine Heilung ist. Deswegen, ich glaube, irgendwie 70%, 60% ist die Marke vom Lebenswert, das Praha heilt. Also sie heilt auch nicht bei 80% zum Beispiel, ich glaube, ab 60% oder 70% heilt sie. Deswegen, das ist eine gute AI, weil wir natürlich keine Heilung vergeuden wollen, sondern natürlich nur heilen wollen, wenn wir auch Damage bekommen haben. Deswegen, das ist mit AI gemeint. Ansonsten kommen wir zur nächsten Kategorie in meinem Excel-Sheet hier, nämlich alle Sachen über Runen. Und zwar, wir fangen an mit den sogenannten Broken Sets. Ich habe einen eigenen Guide zu Broken Sets gemacht, was das ist und wie ich das verhält. Ansonsten die Kurzfassung ist, wenn man ein Monster auf Broken Set runet, bedeutet das, dass wir keine Sets vervollständigen. Beispielsweise, was habe ich denn hier an Monstern, die ein Broken Set haben? Ich glaube, Kali. Kali, okay, Kali hat sogar ein Set. Was haben wir denn? Haben wir irgendeinen Monster auf Broken gebaut? Ich glaube, leider nicht. Ich glaube, alle haben Sets leider. Naja, auf jeden Fall könnt ihr euch vorstellen, was ich meine. Deswegen, wir haben kein Zweierset und vor allem kein Viererset. Ja, das wäre ein Broken Set. Broken Set könnte trotzdem gut sein, weil wir mit Broken Sets vielleicht bessere Werte erreichen könnten, die wir mit einem Set nicht erreichen können, weil zum Beispiel zwei schlechte Blade Runen geben insgesamt weniger Stats, als zwei gute Revenge Runen zum Beispiel. Weil beide Runen haben 12% Crit, während die anderen zum Beispiel gar nichts haben. Aber dafür gibt es einen eigenen Guide, der ist auch in der Videoscription verlinkt. Das sind sogenannte Broken Sets. Dann gibt es die sogenannten Accuracy Caps, das heißt Trefferchance Caps. Und zwar Trefferchance, dazu gibt es auch einen eigenen Guide, wie ich das verhält, ist auch in der Videoscription verlinkt, weil sonst dauert das Video ewig. Die sogenannten Accuracy Caps geben den Trefferchance, den ACC-Wert, auf einen Monster an, den es erreichen sollte, damit die bestmögliche Chance herrscht, einen Debuff zu treffen. In zum Beispiel Giants sind es 45%. Warum das so ist, ist in dem Video zwecks Accuracy Resistance Rechnung erklärt. In Dragons zum Beispiel sind es 55%. Im Raid sind es 15%. Und so weiter. Deswegen, das ist der Wert an ACC, den wir erreichen wollen, damit wir die bestmögliche Chance haben, Debuffs zu treffen. Dann, das ist eigentlich fast nur von Englisch auf Deutsch übersetzt, gibt es Grindstones. Grindstones sind die Steinchen, die man bekommen kann, wenn man raidet, wo man seine Werte erhöhen kann von Runen. Auch zu Grindstones, Enchanted Gems und so weiter, gibt es einen Guide, der ist auch unten verlinkt. Und dann gibt es, wie ich gerade gesagt habe, Enchanted Gems. Das sind Steine, die man auf Runen hauen kann, um einen Wert zu löschen und einen neuen Wert zu bekommen. Zum Beispiel hier. Ihr seht, da ist so ein Kreis aus Pfeilen. Das bedeutet, dieser Wert war ursprünglich nicht auf dieser Rune. Den habe ich nachträglich mit diesem Enchanted Gem, die man auch im Raid droppen kann, modifiziert. Dann gibt es die sogenannten Reappraisal oder auch, ich glaube, Aufwertungssteine heißen sie auf Deutsch. Das sind diese schönen Dinger hier unten rechts, diese gelben Dinger mit diesem schwarzen Kreisel. Damit kann man eine komplette Rune nochmal sowohl von der Höhe der Eigenschaften als auch den Eigenschaften selber, außer dem Mainwert und dem Prefix-Stat, wo ich auch noch darauf zu sprechen komme, nochmal würfeln. Aber auch sowohl Reappraisal-Stones, Grindstone und Enchanted Gems ist alles in dem Video in der Description detailreich erklärt. Dann haben wir den sogenannten Fake-Stat oder In-8-Stat. Das ist der Wert, der auf eine Rune droppen kann. Zum Beispiel hier. Ihr seht, unter dem Hauptwert haben wir 7% Accuracy. Das bedeutet, den Wert können wir nicht erhöhen, wenn wir die Rune upgraden. Und der Wert wird auch bestehen bleiben, wenn wir die Rune mit einem Reappraisal-Stone nochmal neu machen. Dieser Wert bleibt immer. Plus dieser Wert kann auch nicht nochmals in den unteren Eigenschaften wie Speed, HP, Credit Attack und so weiter rollen. Dann haben wir Flat-Stat. Flat-Stat bedeutet Werte, die keine prozentualen Werte sind. Zum Beispiel hier 578 HP. Da spricht man von Flat-HP, weil es keine prozentualen Werte sind, die skalieren, sondern wirklich on top auf deinem Monster plus 578 Speed Ende. Selbes Spiel geht auch mit Detect und mit Def und, naja, von Speed spricht man nicht von Flat-Stat, aber rein theoretisch ist Speed auch ein Flat-Stat, weil es keine prozentualen Werte hat. Dann haben wir die sogenannten Sub-Stats. Sub-Stats sind die vier Werte, die eine Rune hat, die sie nach und nach bekommt, wenn wir die Rune leveln. Also wenn wir zum Beispiel eine graue Rune haben, dann hat die Rune ursprünglich, ich glaube sogar gar kein Sub-Stat. Oder eins, zwei, ich glaube sogar gar kein. Deswegen eine graue Rune hat, glaube ich, gar kein Sub-Stat. Wenn wir sie dann auf drei leveln, bekommt sie einen Sub-Stat dazu, also eine neue Eigenschaft. Beispielsweise in dem Fall von oben nach unten Crit-Rate. Dann tun wir sie weiterleveln bis Level 6, dann bekommt sie einen zweiten Sub-Stat, in dem Fall Attack. Dann tun wir sie auf 9 upgraden, bekommt wieder einen neuen Sub-Stat, in dem Fall Speed. Und auf 12 bekommen wir nochmal einen Sub-Stat, in dem Fall Flat-HP. Und jede Rune kann viermal Sub-Stats-Rolls bekommen, je nachdem, was die Rune ursprünglich war. Zum Beispiel eine legendäre Rune, die hat von vorne herein vier Sub-Stats. Und diese vier Sub-Stats werden viermal gewürfelt. Während hingegen zum Beispiel eine lila Rune hat nur drei Sub-Stats, wenn sie droppt. Und da ist es so, dass wenn wir die Rune auf plus 9 leveln, können nur diese drei Werte, die schon da sind, können erhöht werden. Und mit dem zwölften Upgrade bekommt die Rune den vierten Sub-Stat, die vierte Eigenschaft noch on top dazu. Ansonsten auch das ist in meinem Beginner-Runen-Guide erklärt, das auch, ihr könnt es bestimmt schon euch denken, in der Videoscription unten verlinkt ist. Ansonsten gibt es die sogenannten Low-, Medium- und High-Rolls. Und zwar ist es so, je nachdem, wie viel Sterne eine Rune hat, desto höher können die Werte beim Upgraden einer Rune würfeln. Das sehen wir zum Beispiel hier auch auf der offiziellen Wikia-Seite. Und zwar, beispielsweise, ihr droppt eine frische 5-Sterne-Rune, die hat 5 Speed. Und ihr upgradet die auf 3 zum Beispiel. Dann kann Speed rollen. Und zwar auf einer 5-Sterne-Rune kann das maximal, ups, das ist falsch, hier, kann maximal 5 sein. Zwischen 3 und 5 Speed bekommt die Rune dazu, wenn es eine 5-Sterne-Rune ist, die Speed hat. Wer ist eine 6-Sterne-Rune, dann kann ich sogar zwischen 4 und 6 Speed würfeln. Je nachdem, was halt kommt. Das heißt, ein Low-Roll auf einer 6-Sterne-Rune wäre es zum Beispiel logischerweise 4, weil es ist das absolute Minimum. Während ein High-Roll 6 wäre, also das Maximum. Während ein Medium-Roll die Mitte wäre, nämlich 5. Deswegen, wenn wir davon sprechen, oh, die Rune ist echt low-gerolled, meinen wir zum Beispiel eine 6-Sterne-Rune, die 3-mal Attack-Prozentual gewürfelt ist, und zwar jedes Mal nur 5-mal. Das heißt, wenig Rolls, Minimum-Rolls, wenig Werte, das heißt Low-Roll-Rune zum Beispiel. Dann kommen wir zum nächsten, nämlich Build. Build bedeutet das sogenannte Runen-Build oder Monster-Build. Das bedeutet, wie ist ein Monster von den Runen her gebaut und was für einen Einsatzort hat das Monster. Beispielsweise, Colleen hat sehr viele verschiedene Runen-Builds, also Möglichkeiten, wie man sie runen kann. Man kann sie bauen auf Gewalt-Revenge. Man kann sie bauen auf Tempo-Revenge. Man kann sie bauen auf 2-mal Revenge-Shield. Man kann sie bauen auf 3-mal Revenge. Also es gibt so viele Möglichkeiten. Man kann sie bauen auf viel Speed, auf wenig Speed für Necro zum Beispiel. Man kann sie für die Frontline für den Raid bauen, damit sie vorne steht. Man kann sie für die Backline im Raid bauen, damit es hinten steht und dann weniger Schaden kriegt. Also das ist mit Builds gemeint. Oder zum Beispiel der Luschen. Beispielsweise könnte man auf verschiedenen Builds bauen, nämlich in einer Arena-Offensive mit Speed oder ohne Speed oder 2 Luschens oder nur 1 Luschen. Je nachdem. Da gibt es verschiedene Builds. Dann haben wir den nächsten Begriff, nämlich das sogenannte Glass Cannon. Glass Cannon bedeutet, ein Monster ist nur auf Schaden gebaut. Es scheißt auf alle anderen Werte. Kein Defense, kein Leben, kein Trefferchance. Nur Damage, 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 Damage. Was nur geht. Beispielsweise ein Luschen ist in den meisten Fällen Glass Cannon gebaut. Für Arena-Offensive. Es geht bei Luschen dann nur um den Schaden. Wie gesagt, in manchen Builds gibt es Ausnahmen, aber ich nehme jetzt mal nur ein kleines Beispiel her. Deswegen, es geht nur darum, dass Luschen den bestmöglichen und höchsten Schaden macht, damit er alles killt. Das heißt, ein Luschen, der Flat Attack, Attack Prozentual, Crit Rate und Crit Damage hat, ist ein kompletter Glass Cannon Luschen, weil der nur auf Damage baut. Dann haben wir das letzte in der Kategorie, nämlich den sogenannten FRR, nämlich den sogenannten Free Rune Removal Day, den es einmal im Monat gibt, nämlich immer am ersten Samstag des Monats. Es sei denn, es ist der erste Monat, heißt zum Beispiel der erste April ist ein Samstag, was ziemlich hilarious wäre, dann wird es eine Woche verschoben nach hinten. Das heißt, erst nächste Woche. Und zwar am FRR könnt ihr eure gesamten Runen kostenlos von euren Monstern entfernen. Zum Beispiel, wenn ich die Rune hier entfernen mag, kostet mich das 50.000 Mana und am FRR kostet das gar nichts. Deswegen der FRR Tag, der einmal im Monat ist, ist dafür da, seinen Account zu optimieren, Runen von einem Monster dem anderen zu geben, neue Sachen auszulobieren, neue Builds zu testen, neue Teams zu bauen und so weiter. Ansonsten, das war es zu Part 2 von den Fachbegriffen mit Samstag und es gibt noch einen dritten und letzten Teil, den ich euch auch in naher Zukunft uploaden werde. Deswegen, ich danke fürs Zugucken, hoffe, das Video war hilfreich für euch und wir sehen uns am nächsten YouTube-Video oder am nächsten Stream. Macht es gut und ciao, ciao.